Hallo liebe VW Tiguan Besitzer, ihr habt wahrscheinlich auch so einen Schlüssel und eure Schlüsselbatterie ist leer. Ich zeige euch in diesem Video in aller Kürze, wie ihr selbstständig die Schlüsselbatterie gewechselt bekommt. Hallo bei Ausprobiert. Wir legen gleich richtig los. Zuvor allerdings noch mal einen Schlüsselvergleich, denn es gibt verschiedene Schlüssel und dementsprechend auch unterschiedliche Anleitung. Und um einfach sicherzugehen, dass diese Anleitung hier zu deinem Schlüsselbatterie-Problem passt, holst du den Schlüssel raus und vergleichst den mal mit diesem hier, um den diese Anleitung hier dreht. Dieser Schlüssel wurde ausgeliefert mit den VW Tiguanen der Baujahre 2007 bis 2015 und man erkennt diesen Schlüssel insbesondere durch die hier auf der Vorderseite in der Mitte verbaute LED, die jetzt aufleuchtet, wenn ich drauf drücke. Wenn das dein Schlüssel ist, dann kannst du beruhigt dranbleiben und dich sogleich um die Ersatzbatterie zu kümmern. Du brauchst nämlich diese Knopfzelle hier. CR2032 ist die Typbezeichnung, gibt es in jedem Drogeriemarkt oder Supermarkt oder auch im Internet eigentlich an jeder Ecke und das zweite was benötigt wird, ist hier so ein Phasenprüfer oder ein anderer kleinerer Schlitzschraubendreher, der sehr nützlich sein wird, wenn wir später diesen Schlüssel aufhebeln. Als nächstes greifen wir uns schon den Tiguan-Schlüssel. Wir zücken den Schlüsselbart und als nächstes nehmen wir den Schlüssel so in die Hand, dass wir mehr oder weniger zwei Fäuste bilden. Von uns weg zeigt diese Fläche, wo der Schlüsselbart ursprünglich drin lag und dann brechen wir diesen Schlüssel nach vorne auf. Das sieht erstmal komisch aus, ist aber genauso gewollt, weil wir zwei Schlüsselteile brauchen und das sind diese beiden hier. Von diesem Tiguan-Schlüssel brauchen wir im folgenden nur noch die eine Hälfte genauer betrachten, nämlich diese hier, die mit den Druckknöpfen. In diesem Teil steckt jetzt die Batterie. Um da ranzukommen, müssen wir jetzt noch den Deckel des Batteriefachs aushebeln. Wir nehmen dazu unseren Schraubendreher und drehen diesen Schlüsselteil so, dass die Seite ohne die Druckknöpfe nach oben zeigt. Und dann sehen wir hier so eine kleine Nut. Ich zeige euch das nochmal. Und in diese Nut müssen wir jetzt rein mit dem Schraubendreher und diesen Deckel nach oben aufhebeln. Natürlich kommt ihr ans Ziel, wenn ihr hier an der Vorderseite ansetzt, aber noch schneller und mit weniger Kraftaufwand geht das, wenn ihr hier am Ende dieses Schlüsselbadfachs in der Nut ansetzt und dann reindrückt und das Ganze dann nach oben aufhebelt. Da schau mal her, wenn ihr jetzt mit den Fingernägeln diese beiden Hälften voneinander abhebt, könnt ihr euer Batteriefach begrüßen. Zu guter Letzt müssen wir dann noch die Batterie aus ihrem Fach befreien. Hier sieht man das Ganze. Dazu nehmen wir wieder den Phasenprüfer. Wir gehen am besten an einen dieser Kontakte, den hier unten, und drücken von oben diesen Schraubendreher rein und dann fällt es leicht, diese Batterie rauszuhebeln. Wir nehmen die Ersatzbatterie, die voll geladen ist und müssen die Polung beachten. Hier sieht man ein Plus. Hier sehen wir auf der Batterie, auf der Knopfzelle ebenfalls ein Plus. Die gehören zueinander. Das heißt, mit der Oberseite der Knopfzelle gehen wir in dieses Batteriefach rein, sodass wir am Ende nichts mehr von dem Plus sehen können. Und dann ist es geschafft. Denn jetzt müsst ihr nur noch dafür Sorge tragen, dass diese Einzelteile wieder zu einem Gesamtschlüssel zusammengeklipst werden. Also keine große Aufgabe, schafft ihr ganz sicher. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Falls es so sein sollte, lasst ein Like da. Kommentarfunktion unterhalb des Videos ist offen und am liebsten ist es mir immer, wenn die Leute abonnieren, denn dann kann man sich wiedersehen. Würde mich freuen, wenn das so kommt. Bleibt stabil und sauber. Tschüss und Servus. Spaß mit diesem injections. . Popoleре MS Will Simone . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020